Kannst du dir etwas anderes vorstellen? Es gibt ja die Möglichkeit, dass wir nicht über Parteien Politik organisieren. Ich sage dir, was ich glaube. Ich glaube, die Hälfte der Abgeordneten sollte ausgelost werden. Ausgelost! Wirklich! Und dann hätte man ein System, zum Teil aus Fachkundigen, zum Teil aus ganz normalen Bürgern. Aber ausgelost ist wichtig, keine Bürgerdeputierten, denn die Bürgerdeputierten sind auch nur Abgeordnete, bloß in einem anderen Status. Das ist auch alles über die Parteilisten. Wir müssen weg von diesem Parteiensystem, zumindest zu einem Teil, sonst wird sich das hier nie ändern. Sonst werden wir Bürger nie Einfluss haben auf diese ganzen Entscheidungen. Sonst wird es immer nur auf eins hinauslaufen. Globalisierung, Verluste werden sozialisiert und Gewinne werden privatisiert.